Oh no! Was ist hier passiert? Die erste Hälfte des Tages verbringen wir in einem sehr langweiligen und sehr einsamen Wald. Das war der zweite Teil Offroad heute und laut Karte geht das einen Berg nach oben, das ist so eine Art Passstraße, das heißt es müsste interessanter werden als die erste Straße. Oh no! Warte, ich habe einen Platz, wo ich mich hinstellen kann. Ich stehe... Ui, ich glaube ich habe einen Platz. Ja? Oh no! Wahrscheinlich der mit dem Käse drin, oder? Oh no! Oh no! Huh? Oh no! Oh no! Scheiße! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ja, weil sie hier oben, hier oben drauf gelandet ist. Die nächste? Ja. Oh no! Oh no! Oh no! Ja, genau! Der einzige hier auf dem Weg... Nee! Der ist nicht mehr dicht, oder? Oh no! 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 Da hast du recht, der ist nicht mehr dicht. Ja, was machen wir jetzt, wie willst du den zumachen? Oh no! hier der hier tue ich gleich weiter weg ja es ist nur oben auf dem Deckel drauf ja gut du bist du bist hier seitlich rechts gefahren weil das hier besser aussieht und dann da da reingekommen soll ich es rechts versuchen jetzt schaue ich jetzt wo ich entlang fahre hier sieht es scheiße aus hier sieht es nochmal scheiße aus hier sieht es auch scheiße aus da sieht es blöd aus ich glaube ich fahre rechts hey bist du ausgerollt? ich glaube wir arbeiten uns hier auf Hannes fragt jetzt beim Zeltplatz gerade nach ob er vielleicht einen Wagenheber also ob er vielleicht so einen kleinen Wagenheber hat damit wir den Koffer wieder so ein bisschen zurückbeulen damit er zumindest halbwegs dicht ist weil so wie er jetzt gerade ist ist er absolut nicht dicht ich schau mal ob er da ist ja ich zeige euch das mal das erste Mal das Schloss hat es komplett rausgehauen ist nichts mehr drin und so schaut das Ding jetzt von oben aus naja und du kannst halt deine Hand hier rein tun also ja wir schauen mal ob wir es ausbauen können wenn nicht dann ist es halt so wir machen den auf jeden fall weiterhin fest mit Spanngurten der Wagenheber hat ganze Arbeit geleistet man sieht hier kaum noch eine Verformung nur noch wenn man ganz genau hinsieht sieht man dass es eben nicht mehr so gerade ist wie davor man kann den Koffer auch noch immer hier dran gut festmachen also das geht auch noch nur noch der Deckel ist das Problem allerdings hat sich diese Halterung hier auch verformt und zwar ist das hier vorne jetzt näher am Motorrad als es früher war hier ist auch ein Spalt zwischendrin der sollte eigentlich nicht sein hier hinten ist okay und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem und zwar muss man jetzt hat den Koffer nochmal von hier muss man den Koffer rüber drücken rüber drücken und dann zumachen das Schloss ist auch noch immer draußen das hat es komplett rausgefetzt weil der Stein ist hier oben drauf hier drauf und hat den kompletten Deckel rüber geschoben keine Ahnung und hat dabei das Schloss raus gehauen das hier ist noch ja komplett intakt man kann also wie gesagt den Koffer noch schön festmachen bloß halt nicht mehr zusperren und hier hinten das hier ist gebrochen das sieht man hier drüben auch ist auch bisschen blöd und die Dichtung innen drin kann man halt nicht mehr rein drücken die hat es auch raus gehauen allgemein ist er jetzt etwas schief natürlich mussten wir durch Rumänien genauso weiter fahren das hieß für uns alles was nass werden darf in diesen Koffer rein alles andere irgendwo anders unterbringen und dann mit den Spanngurten das gleiche Spiel jeden Tag und hoffen dass kein Regen mehr kommt und ja in dem Sinne viel Spaß beim nächsten Video bis zum nächsten Mal